So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße alle ganz herzlich zum Guten Morgen Börse gemeinsam mit XTB heute am Freitag, den 24. November 2023. Wir wollen auch heute unseren Blick auf die Märkte gönnen. Die sind nicht so spektakulär. Es ist Black Friday, verkürzter Handel, ganz besonders an der Wall Street. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube es lohnt sich. Und jetzt vorab mal, vielleicht gibt es auch über das Wochenende bereits, einen Blick zu werfen auf den Kryptobereich und die Situation dort einzuordnen. Auch die charttechnische Konstellation, die ist ziemlich interessant. Dadurch sticht es ins Auge. Und was für weitere Bullischen, das ganz besonders eventuell im Bitcoin, sprechen könnte, ausgehend von den jüngsten Entwicklungen, die wir jetzt zu sehen bekommen haben, rund um CZ, das ist der Binance CEO, das damit Aufsicherheit untergleichen. Darauf werden wir, wie gesagt, in den folgenden Minuten einen Blick werfen und entsprechend auch mögliche bullische Szenarien mit Bullischen Breakouts thematisieren. Bevor wir uns offiziell starten, zunächst der Blick allerdings auf den Risikohinweis. Die Visio und CFD sind komplexe Handelsinstrumente. Die werden auf Margin getradet, sind mit dem hohen Risiko verbunden, schnell Geld zu verlieren, sind ausgehend hiervon nicht für jeden Anleger geeignet. Bevor man mit dem Handel beginnt, erstelle man bitte sein persönliches Risikoprofil. Und oder lass ein solches erstellen von einem unabhängigen Finanzberater und lade sich dann auf xdb.com.de kostenlos eine Demo herunter. Teste den Handel risikofrei, schaue, ob der Handel mit diesem Produkt sich für ihn eignet. Und sofern man das für sich mit Ja beantworten kann, hat man auch die Möglichkeit, ein Livekonto zu eröffnen. Und diesbezüglich alle Informationen, vorstellige Risikohinweis, findet ihr auf xdb.com.de. Darüber hinaus gehen wir uns gerne die Möglichkeit, auch den Kundensupport von xdb zu kontaktieren. Kontaktdetails folgen gleich. Zunächst in eigener Sache, bitte nichts in den Folgenminuten als Anlageempfehlung missverstehen. Es handelt sich um ein edukativ, rein informatives Event. Ihr könnt gerne eure Fragen in der Kommentarfunktion unterhalb des Videos stellen. Aber bitte, wie gesagt, nichts als Anlageempfehlung missverstehen. Hier die Kontaktdetails. Telefonnummer bzw. E-Mail-Adresse xdb als Brokerfuss vorgestellt. Bester CFD Brokersjahrs 2023 ausgezeichnet von Brokerwahl. Die Gründe, die er zu geführt haben, findet ihr einmal hier aufgeführt. Ein Grund mit Sicherheit auch die xStation. Und genau auf die wollen wir jetzt einen Blick werfen und wollen gleich anfangen mit Bitcoin hier auf Tagesbasis. Ganz kurz vielleicht für diejenigen, die sich schon eine Demo heruntergeladen haben, aber noch so ein bisschen am Suchen sind und sich einfinden sind im Hinblick hier auf die Plattform als solche. Da oben über den Tab Nachrichten habt ihr eine tolle Möglichkeit, alle Analysen, die auf der Webseite von xdb einlaufen, euch anzuschauen. Und im Hinblick auf Bitcoin eventuell ganz besonders interessant, jeden Mittwoch läuft eine Bitcoin-Analyse hier ein, die dann entsprechend angeklickt hier auftaucht, die ihr euch durchlesen könnt, mit einigen Gedanken, die weitergehen auch jetzt erstmal, die aber zum Beispiel noch nicht das thematisieren, was jetzt nochmal ein zusätzlicher bullischer Treiber an dieser Stelle sein könnte auf der Oberseite. Und was wir jetzt hier an der Stelle machen wollen, ist einmal ganz kurz erstmal die technische Situation einzuordnen. Also wir haben einen potenziellen Breakout, den wir hier auf der Oberseite sich herauskristallisieren sehen. 30 Minuten Basis wollen wir uns ganz kurz anschauen. Und wir sehen starker Aufwärtstrend, der sich seit geraumer Zeit jetzt in Bitcoin etabliert hat. Haupttreiber für diesen stark bullischen Trend sind die Entwicklungen und Spekulationen rund um einen Bitcoin-ETF, der aufgesetzt werden soll, beziehungsweise wo ein Antrag gestellt wurde bei der SEC, beispielsweise von BlackRock, beispielsweise von Fidelity, beispielsweise auch von ARK Invest und dergleichen. Und die Idee, die dem zugrunde liegt, was da zu beitragen kann, dass das bullisch treibend wirkt, ist erstmal, dass wir hier einmal ganz kurz auf die Bitcoin-Analyse schauen, Kapitalzuflüsse sehen. Und zwar hat der ehemalige Leiter der International Equity Product Strategy bei Barclays Global Investors, heute BlackRock, der Steven Schoenfeld, ausgerechnet, dass rund 150 bis 200 Milliarden US-Dollar in Kryptos fließen dürften, sollte ein solcher ETF zugelassen werden. Ganz kurz, vielleicht in dem Zusammenhang die Überlegung, die dem zugrunde liegt, warum sollte dann Geld in Bitcoin oder auch Ethereum bei Zulassung eines ETFs fließen? Das ist relativ einfach, du willst nicht nur ein Papier haben, sondern du willst natürlich auch dieses Papier unterlegt sehen, mit einem realen physischen Wert in Anführungsstrichen. Und das ist dann der Fall, wenn du Kryptos kaufst, wie beispielsweise in dem Fall Bitcoin oder eben Ethereum, wo übrigens dann auch, das vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant, zum Beispiel Coinbase eine Rolle spielt, wo wir jetzt ja auch jüngst einen sehr, sehr starken Kursanstieg gesehen haben. Denn das gibt eine Kooperation zwischen BlackRock und Coinbase wiederum. Und wenn hier entsprechend solch ein ETF zugelassen wird, dann bedeutet das natürlich auch entsprechendes Business und auch vielleicht Marktanteile, die Coinbase vielleicht gewinnen könnte durch diese entsprechende Kooperation. So, Fakt ist auf jeden Fall, Bitcoin sieht seit geraumer Zeit, seit fast schon einem halben Jahr, entsprechende Kapitalzuflüsse infolge solcher Spekulationen und kann sich aktuell auf hohem Niveau konsolidieren, präsentieren. Mit einer potenziellen Breakout-Region verläuft roundabout gegen 38.000 Dollar. Mit einem Break über dieses Level, denke ich, ist wenigstens kurzfristig ein sogenannter Momentum-Drive denkbar, der uns in Richtung vielleicht sogar leicht über 40.000 schieben könnte, vielleicht sogar weiteres Momentum in einer kleinen Übertreibung, vielleicht in einer kleinen Squeeze nach sich ziehen könnte, der uns hier in Richtung der mit 40er gefiltert, also 45.000 Dollar eventuell befördern könnte. Was jetzt interessant ist, was vielleicht der eine oder andere verfolgt hat, was wir jetzt hier kurz mal zum Thema machen wollen, ist, es gab unter der Woche eine ziemlich weitreichende Entscheidung, die könnte, die hätte ein richtiges Beben in der Kryptowelt auslösen können, aber ist gut ausgegangen, beziehungsweise jetzt im Kern sogar tatsächlich Bullish. Um was geht es? Es geht um Binance, beziehungsweise CZ. Binance ist die größte Kryptobörse der Welt und, ganz wichtig, und das sei an der Stelle schon mal erwähnt, ausgehend von der größten Kryptobörse und der höchsten Liquidität oder den höchsten Umsätzen, die an dieser getätigt werden, ausgehend vom Zusammentreffen von Angebot und Nachfrage, auch der Referenzplatz für das Finden eines Handlungs- oder eines soliden Preises, eines fairen Marktpreises für Bitcoin. Und jetzt ist das Interessante an dieser Konstellation natürlich, nun, wenn Binance dieser Ort ist, nun ja, dann haben wir offensichtlich diesen Ort und der hat eine ganz wesentliche Rolle, spielt eine ganz wesentliche Rolle im Hinblick eben auf seinen Bitcoin-ETF, wo dann entsprechend logischerweise diese Preisstellung entsprechende Auswirkungen im Hinblick auf das Pricing solch eines ETFs hat. Dazu gleich aber mehr. Also Binance und CZ, der CEO von Binance, die werden verfolgt, und zwar strafrechtlich verfolgt, von dem US-Justizministerium, querstrich von der Staatsanwaltschaft in den USA. Da gibt es Vorwürfe im Hinblick auf Geldwäsche und dergleichen. Und jetzt kommt es, unter der Woche, also ich glaube, es war Dienstag, wenn ich mich nicht täusche, da hat es dann eine Einigung gegeben, wonach sich Binance erstmal bereit erklärt hat, eine Strafe zu zahlen in Höhe von 4,3 Milliarden, dadurch aber sein operatives Geschäft weiter betreiben darf. Und CZ muss sich dann noch vor Gericht verantworten, und es steht im Raum, dass er auch gegen Zahlung einer entsprechenden Gebühr, in Anführungsstrichen, dennoch für ein paar Monate wohl einfahren wird, müssen, was auch immer die Gründe sein sollten. Warum das relevant ist für Bitcoin? Nun, zum einen wäre Binance in Schieflage geraten. Wir erinnern uns kurz an FTX. FTX, Sam Bankman, Freed und dergleichen hat einen ganz wesentlichen Teil dazu beigetragen, dass es hier zu diesem Kryptowinter und dieser Beschleunigung auf der Unterseite kam. Binance ist nochmal eine größere Kategorie, wie gesagt, der Referenzplatz, eigentlich die größte Kryptobörse. Und das hätte natürlich entsprechende Turbulenzen nach sich gezogen, wenn Binance hier in Schieflage geraten wäre. Jetzt scheint es eine Einigung erstmal zu geben, also das kristallisiert sich hier heraus. Und, das ist das Wichtige nochmal, das ist der Referenzplatz. Jetzt stelle man sich einfach mal vor, wenn wir eine Verfolgung, strafrechtliche Verfolgung, dieses Haupthandelsplatzes für Bitcoin hätten, wo der Referenzpreis eines Basiswertes eben festgestellt wird, wo man gerade plant, einen ETF aufzusetzen. Das sähe nicht besonders gut aus, dass da strafrechtliche Verfolgungen eben tatsächlich stattfinden. Das heißt, man muss diesen Stein im übertragenen Sinne aus dem Weg räumen. Der ist durch die Beilegung dieses Rechtsstreites jetzt aus dem Weg geräumt. Was im Umkehrschluss nichts anderes bedeutet, dass man am Horizont ganz konkret jetzt sagen kann, da wird ein Krypto-Bitcoin-ETF kommen. Und davon ist auszugehen, dass das Mitte Januar ungefähr der Fall ist. Eine Verwegnahme solches. Und dieser Kapitalzuflüsse hat bereits stattgefunden, spiegelt sich aber noch nicht vollends wieder, meiner Einschätzung nach, im Bild für Bitcoin und begünstigt an der Stelle entsprechend eben ein Breakout. Grundsätzlich ist es so, das wird man auch beim Blick beispielsweise auf Ethereum, wird man das feststellen, wir stehen an diversen Assets, also Assets im Sinne von Kryptowährungen, vor solchen Breakouts im Leveln. Im Falle von Ethereum haben wir die zweit, ausgehend von der Marktkapitalisierung, zweitgrößte in Anführungsstrichen Kryptowährung. Und dann sehen wir hier einen Ausbruch kurz bevorstehend auf neue Jahreshochs, der dann übrigens auch weiteres Momentum freisetzen könnte, bis in die Mitte 2000er gefiltert, also 2500, glaube ich, diese gestrichelte Linie auf der Oberseite, ist ein realistisch anzuvisierendes Ziel. Und es ist auch objektiv ein ganz interessantes Level, weil man, das sieht man jetzt zwar hier in diesem Chart nicht, aber ankert man auf die Allzeithochs, die markiert worden sind im Jahr 2021, einen volumengewichteten Durchschnittspreis, dann wird man feststellen, dass der durchschnittlich bezahlte Preis in Ethereum seit diesen Allzeithochs ungefähr ziemlich genau auf diese rote Linie fällt. Das heißt, etwas anders formuliert, brechen wir da drüber, dann sind wir auch objektiv in einem Modus, wo die Bullen, ausgehend von den Allzeithochs gerechnet, wieder die Kontrolle erreichen oder erlangen an dieser Stelle, was nochmal ein zusätzlich bullischer Katalysator an dieser Stelle sein könnte für Ethereum. Problem ist natürlich, und das wird der eine oder andere eben auch feststellen, gut, sowohl Bitcoin als auch Ethereum sehr, sehr spekulativ. Gibt es da vielleicht etwas, sag mal, wo man nicht weniger volatil, zwangsläufig, aber eventuell einen besseren Zugang zu findet, weil einfach Krypto zu abstrakt ist dem einen oder anderen. Sicherlich, wir sprechen hier von CFDs, also in diesem Zusammenhang, da sollte der Abstraktionsgrad jetzt nicht allzu groß sein. Aber es gibt tatsächlich auch Aktien, die da ganz interessant sein werden und auch die stehen vor potenziellen Breakout-Leveln. Mein Blick beispielsweise liegt aktuell auf Riot Blockchain, R-I-O-T. Danach sagt der Name des Unternehmens schon, Riot Blockchain. Hat offensichtlich auch etwas mit Krypto zu tun. Für Details schauen wir einfach mal im Internet. Wir wollen das Unternehmen jetzt hier nicht groß vorstellen. Aber Fakt ist, hier ist es Roundabout, die 12-Dollar-Marke, mit deren Überwinden eine scharfe Squeeze anstehen könnte, die uns vielleicht sogar bis in Gefilde um 20 Dollar zügig katapultieren könnten, durch entsprechend eben eine Beschleunigung der Aufwärtsbewegung, für die Riot offensichtlich gut ist. Das hat man in der Vergangenheit häufiger gesehen. Das ging sowohl auf der Oberseite als auch auf der Unterseite sehr steil. Aber solche Squeeze-Bewegungen in solchen Assets durch die positive Koalition in Bitcoin sind erstens gemeinhin bekannt und vor allem auch denkbar weiterhin, weil wir nämlich einen sogenannten Short-Float in der Aktie haben von rund 20%. Das heißt also von den rund, wenn mich nicht alles täuscht, sind es glaube ich rund 200 Millionen Aktien, die da umgehen, sind rund 40 Millionen Aktien geshortet. Ausgehend hiervon ist das dann so, dass wir eben ein Eindecken infolge einer jetzt sich zunehmend verstärkenden Front in Anführungsstrichen oder Indizien, dass es früher oder später zu einem Bitcoin ETF kommt, dass es da eben entsprechende stark bullische Reaktionen mit einem Breakout gibt. Also diverse Bitcoin, Ethereum oder auch Riot Blockchain an der Stelle als Einzeltitel, Krypto-Related Assets stehen vor potenziellen Breakouts und ausgehend hiervon denke ich, ist das auf jeden Fall definitiv ein Blick wert. Dann hören wir uns wieder am Montag. Happy Trading! Passt auf die Stops auf, habt ein schönes Wochenende und Montag hören wir uns gemeinsam hier mit XDB wieder. Ich freue mich auf euch, habt euch wohl. Bis dann und tschüss. Tschüss.